Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. Das kannst du leichter haben. Vielen Dank. Vielen Dank. 22 und 23 Prinz Florian und Prinzessin Andrea die Erste mit dem Motto Bleibt gesund und ruft Helau, Fasching feiern, aber schlau. Helau! Ein vor der Prinzenpaar, ein dreifach donnerndes Prinzenpaar. Schweinfurt! SKG! Ich, Prinzessin Andrea, freue mich, ihr und heute alles begrüßen zu dürfen, die ganzen Leute. Ob ich Andrea die Erste, Zweite oder auch Dritte bin, ist mir manchmal auch nicht mehr so klar. Fakt ist, ich besetze dieses Amt nun schon im dritten Jahr. Das liegt allerdings nicht an den Fachpersonalmangel, wie so mancher glaubt, sondern daran, dass uns Corona einfach den Fasching geklaut. Als Lohn für unser Durchhaltevermögen ist die aktuelle Session für uns unglaublich toll. Stimmungstest. SKG! Ja! Schweinfurt! Ja! Gäste! Ja! Also es läuft schon mal. Auch von meiner Seite aus, wenn ich jetzt nochmal das Video an den Abend hin darf, ein herzliches Willkommen. Schön, dass der Saal so voll ist, sie bei der SAG. Wir haben uns schon gut vorbereitet, wie der Präsident schon erklärt hat. Eins, zwei, drei, wir sind immer noch dabei. Dieses Jahr aber richtig und jetzt vor allen Dingen hier in unserem eigenen Hause bei der SKG. Zunächst mal herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind. Sie dürfen sich gerne mal selber einen Applaus geben dafür. Vielen Dank. Vielen Dank für die hervorragende Eröffnung unserer Sitzung. Ich bin mir sicher, dass mit euren tollen Leistungen nicht nur das wir, sondern auch das Publikum begeistert ist. Euer Applaus! Ich grüße euch von hier oben und muss euch gleich mal loben. Der Empfang für unseren Elferrat und unser Prinzenpaar war schon wunderbar. Und deshalb rufe ich euch zu. Helau, helau mit uns am Mäh, so ruft erneut die SKG. Auf die SKG ein dreifach donnerndes Schweinfurt! Ja! Prinzenpaar! Ja! Gäste! Ja! 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 Ghostbusters! There's something here and then we'll do it We are Ghostbusters! 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 complards! violins sensual sound mike super poin sus genre renalins sensual ancer Gute Preise, gute Besserung. Zum Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Musik Ja, 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 ja. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Geht zur SKG! Also hier ist wirklich was los! Jetzt kommt gerade die Union gerade rein! Flüdinger, bang sie dir ein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hä? Also ich sehe auch noch mal jeden Tag massig von Beklagten, der Gesessen hat. Das geht auch schon ein Lenz an, da rennen erwachsene Männer mit schwarzen Leggings umeinander. Da drüben noch eine kurze schwarze Dormhose. Total Beklagte. Also ich hab keine schwarzen Leggings, ich hab halt meine lange weiße Unterhaustage. Bei der größten Kälte, oben wird's eingepackt, unten knöchelfrei. Ich sag immer menschliches Eisbein, dann vor allem mit den Kappen. Wo kriegst du heute noch einen Kappen, wo das Schild nach hinten geht? Beim Sportlupi, der Verkäufer hat gesagt, da haben sie Glück. Heute haben wir gerade eine Lieferung rein, da sind alle Schilder nach hinten. Ich hab mir gleich das erste gekämpft, weil ich weiß ja nicht, wenn man wieder mal so eine Gelegenheit hat. Und dieser da, das haben ja früher bloß die Zuchthäusler gehabt. Ich sag mir immer, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann schau ich mir die Bildchen an. Jetzt lass mich ja mal 85 Jahre alt wär, da hängen feine blümlich böse Köpfe. Die verkrümpfen dann dermaßen. Ich bin ja letztens mit dem Omnibus nach Schweifert reingefahren. Vor mir, vor dem Bus, so eine Frau mit so einer Gehsteichballerina mit so einem enger Rock. Wenn sie mir in den Bus reingekommen. Hintergelangt, mit dem Knopf aufgemacht, wieder angefangen. Noch einen Knopf aufgemacht, das ist mir dann zu blöd geworden. Ich hab's an einem Arsch gebacken und hab's in den Bus reingekommen. Dreh die sich rum und gib mir eine Schelle. Hat sie gesagt, sie können mir doch nicht ans Gesetze lassen. Dann hab ich gesagt, wo will, wenn sie mir am Hoselot schon zwei Knopf machen. Heißt mit mir zusammen einen alten Freund der SRG wieder bei uns auf der Bühne willkommen. Fantastisch, wie er sich seit Jahrzehnten auf der Narrenbühne behauptet. Unser Freund aus Goxheim, Wolfgang Thüringer. Du hast ja bei uns ein weißer Ohr wie dich. Ja. Hallo, hallo Eminenz, wie gefällt es Ihnen? Sehr, 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 sehr gut. War Zeit kaputt in der Kirche, so zwischen dem Gottesdienst? Ja, auf jeden Fall. Da ist die Sitzung, die Prunksitzung ist auf jeden Fall besser als der Gottesdienst. Maybe. Das ist mein Fest. Ya, ja, ja, ja. Ich bin immer schlimmer. Ich bin immer schön, ich bin immer schön. Ich bin immer wieder. Die Sitzung. Ja, ja. Und ich bin immer wieder im Super. Und ich bin immer wieder im Fenster. Wir sind schon wieder gut. Wir sind schon wieder gut. Meine Heilige, das ist wirklich gut. Wir sind schon wieder gut. Wir sind schon wieder gut. Und das muss gut sein. Wir sind schon wieder gut. und feier ist allein. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Hallo und Hello! Hallo und Hello! Ihr lieben Leute, ein etwas ernsteres Thema gibt es heute. Es ist so wichtig, wie noch nie, dass wir sparen Energie. Ein Gasmangel im Winter, befürchten die Deutschen sehr. Aber keine Sorge, wenn wir so weitermachen, gibt es bald kein Winter mehr. Energiefahrt ist überall angesagt. Aber dass sie mir darüber nicht verzagt, soll es auch ein paar Lichtblicke geben, um eure Stimmung ein bisschen zu nehmen. Untertitelung. BR 2018 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 Ich glaube starsch Ich bewirb die zweite Halbzeit wird auch nochmal gut. aqum kehre, like the 22 Und dann reißen wir es am Ende in der Bar ab. Dankeschön! Untertitelung. BR 2018 Ihr seid ja schon an viele Sitzungen rumgekommen. Könnt ihr sagen, was es am schönsten war? Es waren alles superschön. Von der Kleinen bis zur Großen. Alle einzigartig. Ihr wart ja ein Schwebergen. Ja, wir waren auch ein Schwarm. Das ist ein Heimspiel. Ja, super. Da haben wir nur die halbe Zeit mitgemacht. Nächstes Jahr holen wir das nach. Das Spiel haben wir noch morgen. Morgen ist noch Unterschwiesheim. Wir kommen ja aus Unterschwiesheim. Danke. Erst in Unterschwiesheim und dann wieder hier in Schweinfurt. Da geht es dann noch mal richtig ab. Definitiv. Auf der Frage, wo war es am schönsten, die Mischung macht es. Jeder hat seine Highlights. Ja, das glaube ich. Jeder Verein hat seine Highlights. Der hat die Spitzenbündenredner, der Spitzentänzer. Das lassen wir weg jetzt kommen. Das seid ihr sowieso zusammen. Das war schön. Du bist ja das Urgestein hier von der SKG. Wie war es denn jetzt, wo es so lange, wo man nichts machen konnte, wo man in der Corona-Zeit gehängt war? Das war auch schön. Das war schön. Ja klar. Hast du nichts anderes gemacht dürfen. Und hätte ich mich aufgeregt, hätte es auch nichts gebracht. So haben wir gesundheitlich halt das so heringenommen und waren halt zufrieden, dass es jetzt wieder weitergeht. Du bist ja auch dekoriert, gell, im Karneval. Du hast ja jede Menge Arten und Auszeichnungen. Und du bist nicht Ehrenpräsident? Im Moment bin ich nur Elferrat. Und wie gefällt dir so die Sitzung? Der Sohn ist ja jetzt Chef. Es war ein sehr guter Einstieg heute. Es war eine sehr prächtige Sitzung. Es hat alles so gepasst, wie wir es uns vorgestellt haben. Von der Stimmung, von der Tänze, von den Büttner war echt ein guter Einstieg. Also Dankeschön fürs Gespräch. Also mir hat es auch gut gefallen. Und ich bin froh, dass ich wieder bei euch bin. Freut mich auch. Also, danke. Applaus 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 Ja, nee, noch nichts mit Rente, Stefan. Wir fangen mit der Geli an. Die Geli war jahrelang Elferradsprecherin bei uns im Verein, der hat sich um jeden gekümmert, den einen oder anderen Elferrat noch aus der Bar gezerrt, wenn es wieder auf die Bühne ging. Deswegen, Geli, du hast so einen tollen Job gemacht. Wir als SKG möchten uns für die langen Dienste und tolle Arbeit bei dir bedanken. Deswegen, der Prinz hat ein kleines Dankeschön für dich nochmal da. Großen Applaus für unsere Ex-Prinzenfass-Elferradsprecherin, Geli Reholt. Ja, auch den Stefan möchte ich Riesen-Danke sagen. Die Lollipops wurden ja leider nicht mehr weitergeführt. Deswegen, für die Lollipops, du hast so lange auf der Bühne Stimmung gesungen, hast da das Publikum mitgenommen. Deswegen, Stefan, dafür und für das wunderbare Prinzenpaar, was du da ausgesucht hast, ein Riesen-Dankeschön von uns als SKG. Stefan Nabus, deinen Applaus! Klinik und den Applaus, deinen Applaus! Man kann es auch sagen, dass wir auf der Bühne Stimme gesungen haben. Ich bin ein Riesen-Dankeschön von uns als SKG. Ich bin ein Riesen-Dankeschön von uns als SKG. Ich bin ein Riesen-Dankeschön von uns als SKG. Du sollst mir, du sollst mir! Ein und nur Queen Elisabeth II Und mein Herz schlägt immer gegen die Sarg. Da frag ich mich dann nur warum. Jetzt hab ich ein Gehirnerschütterung. Und dann alle neben mir auf die Knie sinken. Klar, nach 10 Tagen beginnt es hier zu stinken. Zum Glück sind alle die Blätter hier, denn ich stinke wie ein Tier. Und alle Leute haben ein kleines Taschentuch. Nur um zu vertreiben der Geruch. Välter! 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 Wie gerührt. Wie gerührt, wie gerührt, wie gerührt, wie gerührt. Wie gerührt, wie gerührt, wie gerührt. Wie gerührt, 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 Ja, kein Stress, machen wir schon. Alles gut. So, liebe SWN-Zuschauer, also wir haben uns entschlossen, nachdem es einen Unfall gegeben hat beim Männerpalett hier bei der SKG auf der Bühne, haben wir uns entschlossen, also die Aufzeichnung abzubrechen. Wir wünschen natürlich den Verunfallten alles Liebe und alles Gute. Und es war bis jetzt eine wunderschöne Sendung und eine wunderschöne Darbietung auf der Bühne. Aber leider haben wir gesagt, nein, uns ist das Lachen vergangen und wir haben uns entschlossen, dann hier abzubrechen. Obwohl es auf der Bühne noch mit drei weiteren Acts auf der Bühne weitergeht. Ja, also, nehmt es uns nicht übel.